Hallo, da sind wir wieder. Jetzt will ich wissen, wo Brian Westhouse rumhängt, nachdem wir in der letzten Folge ja fast nur Gelaber und Geschichte hatten. Hoffe ich mal, dass es jetzt mal ein bisschen abgeht. Okay. Das war jetzt nicht besonders hilfreich. Klingt mir wie ein Fischhändler. Okay, das, 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 das hilft mir nicht, verdammt. Ich hatte gehofft, dass der mir jetzt irgendwas erzählen kann. Ja, das wussten wir schon. Vielleicht, oh, oh, das wollte ich nicht. Ähm, ähm. Okay, das hilft mir alles irgendwie nicht weiter. Ähm. Bin gerade ein bisschen verwirrt, was muss ich denn machen? Oh. Es ist eine Bildung von Charlie, Emma und mir in Florence Park. Markus hat es schon seit einem Monat genommen, bevor es wirklich heiß war. Tja, in einer anderen Welt. Wahnsinn. Ähm, ja, das bringt mich hier alles nicht weiter. Ich bring gerade ein bisschen raus. Ich hatte wirklich gehofft, dass der, der Händler mir irgendwas erzählen kann. Ähm. Puh, was mach ich? Äh, ich geh einfach nochmal aus der Stadt raus. Oder in die Stadt. Also halt mal auf die Karte. Gucken, was ich als nächstes machen kann. Verdammt, ich hatte wirklich auf den Händler gehofft. Ähm. Hm. Hm, 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 hm. Okay, erstmal hier hin. Vielleicht läuft mir ja jetzt zufällig irgendjemand über den Weg. Ne, sieht nicht, nicht, nicht gut aus, irgendwie. Hier ist auch nicht, nicht wirklich jemand. Small Pier, da ist der alte Matrose. Ich glaube, ich bezweifle, dass der mir helfen kann. Und, naja, Schip oder Small Pier. Ah, ne, ich geh zum Small Pier. Ich glaube, auf dem Schiff, auf dem, beim, beim Schiff kann ich nicht viel machen. Reden wir nochmal mit dem guten Mann hier. Mit der ewig langen Animation. Oh, wiederum, alter Mann. Äh? Äh? Es wird dir. Jetzt holt er erstmal seine Pfeife raus. Das kann ein bisschen dauern. Aha. Ähm, puh. Nicht wirklich, aber... Vielleicht irgendwas... Nee. Nee. Hey, you tell me when you want more, right? See you later. Okay. If I not be dead, aye. Oh. Wer wird denn gleich so reden? Ja, jetzt steckt er seine Pfeife wieder weg, meine Güte. So, jetzt darf ich wieder. Also, hab ich irgendwas übersehen? Hab ich irgendwas noch nicht gemacht? Das kann ich nur angucken, da kann ich nicht hin. Ich geh mal zum Big Boat. Kann der mir vielleicht noch irgendwas sagen? Nice day for it. Not really, no. Bye. Okay. Dem kann ich gar nicht mehr reden. Ei. Was tun, was tun, was tun. Sollte ich tatsächlich schon direkt am Anfang der Folge festhängen? Nein, da wollte ich gar nicht hin. Ich... Ah, man. Pier, small pier. Okay. Chip, small pier. Hmm. Was tun, was tun, was tun. Es ist ein Lichthaus. Much wie die, die wir at home haben. Except this one, of course, brennt ein blaues Feuer. Das hilft mir auch nicht weiter. Da, da kann ich nicht hin. Hab ich vielleicht irgendeinen Weg übersehen? Irgendwas, wo ich noch hingehen kann? Bin grad ein bisschen verwirrt. Ich war wirklich überzeugt davon, dass der mir helfen kann, der, der, äh... Map-Merchant. Den kann ich nicht reden. Vielleicht mit dem? Ich bin nicht in dem Markt für ein Instrument in diesem... Nee. Das hatten wir auch schon. Sie verkaufen eine Variante von frischen Schäufe. Okay. Ja, ja, ja. Ähm. Hm. Okay, so wie ich das sehe, ist das Einzige, was ich im Moment tun kann. Wenn überhaupt, äh, dieses Cups-Game, da hab ich noch nie gesagt, ja, okay, lass uns mal spielen. Und Tobias, aber irgendwie... Irgendwie seh ich's noch nicht. Hm. Äh, okay. Okay, lass uns gehen. Ach so. Äh, tja. How do I play? Das wissen wir schon. I'm broke. Okay, let's go. Thanks, but no thanks. Okay. Ja. Ähm, kann ich das mit dem Ring spielen vielleicht? Oder warte mal, vielleicht... Äh. Ich speicher lieber mal. Äh, return. Wer weiß. Ich weiß nicht, ob man hier irgendwie verlieren kann. Äh. Hier. Ja, äh, okay, da hab ich jetzt auch nicht mitgerichtet. Also wertvolles Eisen möchte er haben. Was ist mit dem Pushpin? Der ist doch aus Eisen. Nee. Nee. Nee, 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 nee. Mann, 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 dann spreche ich den nochmal an. Maps. 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 Mind if I ask you a couple of questions? Yes, Maps. Thanks for your help. Ma... Bye. Äh, der hat nix zu sagen. Maps Merchant. Könne ich hier... Sonst kann ich hier gar nix machen. Hab ich vielleicht irgendwas, was er brauchen könnte? Ein Foto? Nee. Oder? Ich weiß nicht, ich probier's einfach mal. Hm. Cash Card, da kann ich hier mit Sicherheit nichts mit anfangen. Nee, mit dem Auge auch nicht. Das Foto hatte ich. Dann hab ich hier dieses künstliche Blatt. Bringt mich auch nicht weiter. Der Pushpin. Bringt mich auch nicht weiter. Bonbons. Na, Bonbons? Hier, irgendjemand? Bonbons. Nix. Niemand möchte meine Bonbons haben. Auch nicht schon angekaut. Und der goldene Ring ist offensichtlich wertlos. Ähm. Tja. Was sagt man nahezu? Also hier kann ich nix machen. Ich bin gerade ratlos. Irgendwas hab ich doch, äh, verpasst hier. Kann ich hier vielleicht irgendwas? In Brunnen? In Brunnen oder? Nee. Okay, nochmal scharf nachdenken. Also Tobias hat gesagt, der Maps-Händler könnte mir helfen. Der wüsste was über Brian Westhouse. Der Map-Händler sagt aber, kenn ich nicht. Maps! Super. Äh. Halt spielen kann ich auch nicht, weil ich nur wertloses Gold hab und kein teures Eisen. Dann außerhalb der Stadt gibt's nur die Stadttore. Da könnte ich dann ein Musikinstrument kaufen an diesem Stand, was ich noch nicht brauche. Und ich kann mir Geschichten von dem alten Seemann anhören, die keinen interessieren. Und ich kann nicht mit dem Schiff, mit dem Schiffskapitän reden. Ich weiß es nicht. Ich weiß im Moment nicht, was ich machen soll. Bin ratlos. Ich geh nochmal in den Tempel. Ich weiß nicht, vielleicht nochmal mit Tobias reden oder... Gucken, ob ich hier vielleicht doch irgendwo hin kann. Swinging Lantern. Das ist ja mal was ganz Neues. Äh. Okay, okay. Wer sagst du, ich sollte über Westhouse sehen? Der Map-Märchand, der im Markt weiß. Es gibt aber eine Sache, die ich euch erzählen muss. Aha. Aha. Das... Das war doch die entscheidende Information. Dankeschön. Ich sehe dich später. Du sagst mir immer so und ich glaube, ich bin noch wieder gekommen. So, dann fragen wir mal nach seinem wirklichen, wahren Namen. Von Westhouse. Ich hab's schon wieder vergessen, wie der eigentlich hieß, aber... Ich nehme mal an, es wird eine Gesprächsoption sein. Von daher bin ich da zuversichtlich, dass ich nicht eintippen muss. Ich hab's echt vergessen. Wie hieß denn der jetzt noch? Rolling Man, natürlich. Da war's doch. Ach, aber ich brauch's doch wirklich. Ich weiß nicht, woher die Rolling Man lebt. Sch, sch, sch. Ich bin nicht so, ich kann es nicht tun. Bitte? Ich bin sehr, bitte. Nein, 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 junge Frau. Ich gebe mir das Dough-Eyed-Lock. Ich gebe mir das Dough-Eyed-Lock. Ich gebe mir das Dough-Eyed-Lock, nicht? Ach, komm schon. Ah, jetzt passiert was. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh, vielleicht, vielleicht könnte ich... Was soll ich jetzt tun, ohne einen Dough-Eyed-Lock? Ich bin ein neues Dough-Eyed-Lock. Ah, Blastet, die die Balance, das bedeutet, dass ich die Verkaufung den Fee der Gilden der Merchants-Dannation werde. Vielleicht kann ich Sie helfen. Du, wie? Ich bin schnell, ehrlich und rechtlich. Und ich habe viel Erfahrung in der Service-Industrie. Hm, vielleicht ein Mädchen-Eyed-Lock. Wie, es könnte es funktionieren, wenn die Guilden von Merchants nicht herausfinden. Ich werde sie nicht sagen, wenn du nicht. Die Payung ist nicht viel, nur ein einziges Aran per Behandlung, plus welchen Tipp, die Kunden verhältst du dir. Ich nehme den Job, wenn du mich möchtest. Schön, vielleicht kannst du sogar ein neues Geschäft bringen. Hier ist die Lieblingsliste für heute und deine erste Map. Es ist für den Kapitän des White Dragon, Nebeve, ich glaube, sein Name ist. Du findest ihn in der Harbour. Na, den freundlichen Gesellen haben wir doch schon getroffen. Oh, und erinnert, dass die Kunden die Lieblingsliste angeboten haben. Die Guilden sind Sticklers für Protokoll. Keine Signature, kein Geld, keine neue Jobs. Tschüss. Tschüss, jetzt. MAPs! Fresh, detailed, life-saving maps! So, der Kunde muss also unterschreiben. Ich rieche ein Problem. Was ist das Delivery List? One Map of the Sea of Songs to Captain Horatio Nebeve of the White Dragon. A Map of Changag... Changagriel, the Wasteland to the Rolling Man. Ah, da haben wir ihn doch schon. Und ganz unten noch. One Map of the Northland to be delivered to Tunluyek at the Journeyman Inn. Okay. MAP of... Changagriel. Changangriel? Why can't these magical worlds have place names like Boston London or Kansas City? It's always like, lof this and irid that. Like, cut back on the consonants already. Ha, aber wirklich. One Map of the Sea of Songs to Captain Horatio Nebeve of the White Dragon. Interesting spelling. One Map of the Northland to be delivered to Tunluyek at the Journeyman Inn. Tunluyek, okay. Ah, Moment, ich wollte mir noch die Karte angucken. It's a map of the Sea of Songs. I was told to deliver it to Captain Horatio Nebeve. Na gut, dann machen wir das. Den kennen wir ja schon. Also ich geh jetzt mal davon aus, ich kann mich grad nicht an den Namen erinnern, aber das wird ja wohl dieser Kapitän sein. Den wir da schon so nett, äh, getroffen haben. Da ist er doch. So, pass op. Hier, Kapitän. Ähm. Okay, ich kann sie ihm nicht direkt geben. Wie geht's dir heute, dann? Wie geht's dir? Ist das der White Dragon? Das ist, was die großen, weißen Lettern auf der Prow schreiben. Was denkst du? Ich schaue den Kapitän. Ist er da drin? Was würdest du mit dem Kapitän des White Dragon? Ich habe eine Delivery für ihn. Eine Map von der Map-Merchand auf dem Tempelmarkt. Hi. Ich bin Kapitän Horatio Nebeve of the White Dragon. Fastest Vessel there ever was. Hand die Map over, girl. Mit Jarl's Blessing, der Wind wird bald zurück und ich kann dies eine kursetische Harbour für sonnige Shores. Dankeschön. Es ist ein Erwin für deine Probleme. Okay, das ist schon mal nicht schlecht, aber ich brauche noch eine Unterschrift. Sign das, bitte. Was ist es? Ich brauche deine Signatur, um zu confirm, dass du die Map bekommen hast. Map? Welche Map? Oh, kaum schon. Der, den ich dir gerade gab. Oh, dieser. Entschuldigung, ich habe nie meine Signatur auf ein Stück Papier gelegt. Ich wusste es. Warum nicht? Es bringt schlechtes Glück, um ein Stück von dir zu einem Stück selbst in diese Art. Eine Signatur hat nicht gesagt, es ist ein Teil von deinem Soul. Ich kann nicht meine Signatur auswählen. Wer hat dir gesagt, dass ein Stück Papier ein Stück ist schlecht für deinem Soul? Ich bin von Gien, und wir sind eine Spirituale Menschen. Unsere souls sind in balance mit unseren Böden, und der Great Mojal hat uns nicht zu verhindern, diese Balance. Signing mein Name, giving mir ein Stück von mir in dieser Art, breeds corruption und im Balance within. Und es pisses das Mojal auf, no end. Und das ist warum du mein Leben macht mir schwierig? Hey, blöde Organize Religion. Damit habe ich kein Problem. Du kannst nicht schreiben, oder? Entschuldigung? Das ist, was das alles geht. Du kannst nicht schreiben. Äh... Also was? Also was, wenn ich nicht schreiben kann? Also was, wenn ich auf dem See geboren wurde und nie mehr als ein Monat auf dem Meer verbrachte? Ich werde noch nicht dein kursiertes Papier schreiben, Charles. Was? Ich habe gesagt, nein. Ist es etwas, was ich tun kann, um dich zu signieren? Nein. Na ja, ja. Aber nein. Was? Was? Ja. Was? Aber es distractigt das Mojal. Was? 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 Das ist ein sehr praktischer Ansatz der Religion. Aber okay. Ist das ein sehr praktischer Ansatz der Religion? Hi. Ich gebe dir das so viel. Okay. Ich werde zurück. Ich habe es nicht für einen Moment gefehlt. Na komm, ein bisschen schneller kannst du schon, hier mal, leg mal ein Zahn zu, Fräulein. Gab da doch diesen Musik, äh, Musikkalienhändler. Genau den hier. Was ist dein, ähm, das am meisten aufwendiges Instrument? Das ist so schön. Das Flute, richtig? Und wie viel für das Flute? Ich glaube, das ist ein Aaron. Hm, okay. Den habe ich. Ich werde das Flute haben. Das ist ein Aaron, nicht wahr? Das ist... Das ist kein Geld mehr für eine Synchronstimme. Das sind nur noch Mickey-Maus-Geräusche. Komm, rück die Flute raus. Was dauert das denn so lange? Ich weiß eigentlich nicht, wie eine Flute spielen. Nicht sehr gut, aber ich bin sicher, dass die, äh, Mojall nicht bemerkt. Oha, ich muss mal weg. Hat sie ja nicht mehr alle. Ja, 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 nein. Ich wollte nicht dahin, ich wollte daneben. Äh, zum Chip. Dass sie auch immer so lange rennen muss, das finde ich furchtbar. Ach, aber sprachlich ist sie ja. Sie rennt tatsächlich überall hin. So, Freund. Jetzt hier Flöte und... Achso, ne, muss ich ihm gar nicht geben. Ähm, ah, ich sehe gerade, äh, die Zeit ist schon wieder um. Dann, äh, betöre ich den Mojall das nächste Mal, damit der Käpt'n ungestört unterzeichnen kann, obwohl er nicht schreiben kann. Äh, anstrengend. Und, äh, bedanke mich fürs Zuschauen und vielleicht bis zum nächsten Mal. Und, äh, bedanke mich fürs Zuschauen.